so jetzt geht es runter wurden wir vorhin von dem dicken typen da platt gemacht sehen wir uns die waffe hier klettern bringt es denn das klettern irgendwie was und hacken soll ich bewahren dass es mal 12 drehen denken wir hätten keine freunde da oben 6 leute sind das so hacken wir das die kann ich nirgends so hacken hm warte machen wir die soundstage etwas leiser äh audio so so machen wir die typen mal gleich alle kaputt war hm focus boost auf jeden fall so ach wer sind sie? ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht aber du hast gut hingesehen oder? ach rb wo ist ein rb nochmal ach rb nochmal na gut du hast keine chance mehr so lassen wir die erstmal schießen lassen wir die erstmal schießen willst du wirklich im los gehen? ich glaub ich hab ihn erwischt los gib endlich auf man küpfe runter ach ach du die die mit die nicht nicht Das kommt der Motherfucker. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck, 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 fuck. Kann ich hier nicht irgendwie abhauen? Fuck, fuck, fuck. Okay, hier muss ich ihn jetzt hinführen. Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Wenn du es tust, dann tu es. Komm, komm, komm. Oh, nee, 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 da weiß ich. Oh fuck. Alter, nee, ich will die. Ah, hier ist der Schultwinter. Oh, geht doch. Ich habe Probleme. Ja, schießt einer. Verstärkung, jetzt. Oh, ich bin unter der Schuss. Verwickeln mich. Kämpfe runter. Oh. 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 Haltfae. Sungel, jungen, jungen. Jungen, jungen, jungen. Ich bin immer so angespannt dann. Wenn es los geht. Gibt es hier noch irgendwie was? Nee, dann komm. Schrotwind, Munition. Oh, elektronische Bauteile. Oh, kann ich nichts machen. Schau, was jetzt kommt. Die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst. Oder einen Deal mit ihm machst. Wir verstehen uns. Hallo. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay. Nimm dran. So kann man ja auch Angst machen. Jody. Erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Machen wir mal. Mal schauen, was jetzt passiert. Ja. Ja. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Und Leute? Habt ihr für Rushburger stimmt? Wenn ja. Sorry. Meine Schuld. Das ist echt völlig abgedreht. Als wir uns die Bevölkerung vornahmen, kannten wir die Zahlen, die wir für einen Sieg brauchen. Und das CTOS hat berechnet, welche Botschaften wir den Menschen wann und wo zeigen müssen. Nicht unterschwellig, sondern Klartext. Gott, sogar ich hab für ihn gestimmt. Natürlich auch, weil das Management verlangt. So, schauen wir, ob ich mich woanders rein kann. Nee. Wo komm ich denn jetzt da hin? Hups. Ah, okay. Aha. Ah. Super. Hat das Hacken ja Sinn. Oh, jetzt aber schnell weeeeg. Jetzt geht's wieder los hier. Ach du Scheiße. Spricht die Polizei. Fahren Sie ran. Wuhuhuhuhu. Hey, sofort. Den Kerl schallt nicht hauen. Boah, fuck, fuck, fuck. Meine Autokünste sind... Ja, hier sagen wir nicht so der Hammer. Fuuuuck. Hey, darf ich den Mistkerl platt machen? Ich klopf mal an. Wuhuhuhuhu. Fuck, 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 fuck. Das sieht noch nach Amper aus. Wuhuhuhu. Wuhuhu. Typ, der versucht, einen aufzuhalten, ist man der, der das über das Handy steuert. Das ist ganz cool. Ah, fuck. Der Typ ist weg. Ihr kommt zurück. Geht doch. Der Plan hat echt funktioniert. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will verantwortlichen. Demian schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch immer erloh war. Ich muss herausfinden, was Demian weiß. Ups. So. Ja, oh, was habe ich für Fortschritt. Belohnung. Promoted. Was habe ich hier? Ah. Super. Boah, geil. Ich muss hier noch eine Menge erfüllen, um die Sachen zu bekommen. Skillpunkte. Hey. So, was wollen wir jetzt skillen hier? Ähm. Richtig, das mit der Bahn wollte ich mal skillen. Vier Punkte. Das sieht auch gut aus, was ist das? Transformator. Halt, um drauf es zu überladen und eine große Explosion zu verursachen, auszulösen. Nachts hilft ihnen der Volkstrau aus, falls ich... Boah, geil. Sehr geil. Gekauft. So. Boah, schweil, da geht das Handy an. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojo. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah. Spannend, oder? Komm. Triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das... Ach. Ich gebe auch nur der Typ Angst. Oh ja, jetzt muss ich mal schauen, ob es funktioniert. Na, verdammt, egal. Wo muss ich denn jetzt hin? Verfahren wir mal. Sorry. Sorry. Sorry, 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 sorry. Wuhu. Das ist die Gegend. Jetzt muss ich nur noch diesen Kaffee. Was ist das denn? Na, super. Zähl doch mal. Ich schrei. Ich schrei. Ich schrei. Ich schrei. Fixer-Auftrag. Machen wir mal. Fixer-Auftrag. Okay, also. Die Fixer versuchen nur einen Job zu beenden. Und ich fungiere als Ablenkung. Ich locke die Cops mit dem gestellten Fahrzeug an. Und alle sind happy. So, besorgen. Oh, in der Super noch so'n schneller Flitzer. Ui, ui! Oh, diese Musik. Dadurch wird das Video bestimmt wieder gesperrt und hast nicht gesehen. Wow. F***, 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 F***. Oh nein, nein, nein. Anhalten, das ist ein Befehl. Und let's fliegen. Wir brauchen sofort, zieht die US-Freigabe. Die Kontrolle in die Nebenstraßen. Verdächtig, du musst in der Nähe sein. Oh, Mann, das wird wieder Zeit knapp. Das war's für heute. Was, warum hab ich mich verloren? Das ist doch nicht gut. Oh, Mann, ey, ich bin immer so konzentriert. Oh, f***, der Wagen. F***, inmates! Ding, 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 ding und springen. Ah, fuck! Hat sich voll erwischt. Ich versuch' ihn zu drehen. Ja, versuch' das mal. Versuch' mich zu drehen, Junge. Wir müssen ihn platt machen, ich fahre ihm in die Seite, Achtung! Mission Bandit. Komm, probieren wir es aus, probieren wir es aus, probieren wir es aus. Ah, sorry. Sorry. Den nehme ich auf die Hörner, passt auf! Wuuuuhuuu! Boah, noch ein bisschen Geld. Musik? Ich will keine Musik. Wenn ich die Geile sehe. Was, 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 was? Dieser Dreckskass wird uns nicht entfernen. Der Licht ist aus der Sichtweite, wir suchen weiter. Wir wählen ihn ran! Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Wuuuhuuu! Wir stellen ihn ran! Ohja, oja, 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 oja. Boots! Hat sie voll erwischt. Kann ich doch bestimmt irgendwie hier hochfahren. Ah, fuck. Ich mein hochgehen, hochfahren. Ach, verdammt. Hör zu, Leute. Ich rahme ihn. Treib dran. Ah, dieser scheiß Lex, Mann. Das faggt mich immer mega ab. Raus, zieh. Raus, come on. Ah, ist mal weg hier. Ah, da hinten reicht's U-Bahn hoch. Gut. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Hacken der Bahn? Töten. Ah, das ist ja nicht zu Hause. Ah, das ist ja nicht zu Hause. Nein. Das ist ja nicht zu Hause. Nein, ich fähre ich mich! Oder nein, ich fähre ich mich! So, jetzt geht's los. Haha! Mega geil, hab ich mit der U-Bahn ab. Check die Überführung. Die Verdächtigung muss ganz nah sein, wir suchen weiter. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. So. So. Besuch der Settkopf, gib sofort ein Täterprofil in Umlauf. ...und zwei Top-3-Beinwarnung. Die kritische Infrastruktur der Stadt gehört in eine demitarisierte Zone. Elf Menschen starben, weil die Stadt die Kontrolle abgab. Ein Hacker zeigt die Schwachstelle im Netz. Hacker Raymond Cannon ist ein Held. Kein Terrorist. Chicagos City OS ist angreifbar. Die Bürger sind angreifbar. Über den Kontrolle. Aha. So, dann wollen wir doch jetzt mal hier zu meinem Auftrag. Ich bin ja näher dran als vorhin. ...und ein Renault oder so. ...und ein Renault oder so. Juhu! Scheiße. So, dann schauen wir, was wir hier noch alles finden. Bisschen Driften. Nyauuu! Bisschen Driften. Eigentlich muss ich hier runter. Halt durch, Junge. Jange. Und HEP! Boah, aufhör ein paar Kuhläufer. So, schauen wir mal. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesorgt. Zu gefährlich. Oh. Und nun? Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Was denn? Ich brauch sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Eden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Das ist Nikis Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Der Hohensohn. Den packe ich mir jetzt. Damien, was machst du denn? Der Wichser. Fuck, fuck, fuck. Jetzt aber schnell ein Motorrad holen. Und jetzt los. Ah. So. Was? Komm her. Der spielt mit mir. Der Hohensohn spielt mit mir. Ich fall drauf rein. Er sagt auch Hohensohn. Supergeil. Seid, ich darf das auch sagen. Ich bring ihn um, wenn er dir anfasst. Das muss er wissen. Nein. Er versucht mich hinzulaufen. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angreift. Scheiße. Ich muss ihn erleben. Nein. Ah du Nutte. Super. Jetzt will ich hier meine Schwester retten und wo bin ich? Im Wasser. Ah komm, dann schwimmen wir ein bisschen. Huh. 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 Fuck halt. Ich kann ja... Wer ist jetzt ein bisschen auf Zeit, hätte ich ja mega verkackt. Aber aufs gröbste. Jetzt holst du mal die Karte an. Ah. Hey, hey. Da habe ich die Brücke. Dann muss ich gleich hier hoch, hier auf die Straße und dann gehts weiter. Ah. Was ist denn mit den Klamotten überhaupt schwimmen kann ey? Ah, das Wasser sieht schon geil aus ey. Voll erfrischend. Mann, los. Geht schneller. Also ich wäre jetzt schon lange kaputt. Geil, hier ist sogar ein Auto. Los, 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 los. Los, los. Einmal jetzt kurz. Ah, beziehungsweise ist die Musik jetzt aus. Ah, gleich bin ich da. Das ist aber eine schöne Gegend hier. Wird mir auch gefallen. Bitte durch, Leute. Ich komme. Sechs Jahre alt. Tragisch. Wo sind sie? Verschwendung. All das Verschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Raiden! Nikki! Wo bist du? Nikki! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört? Ja. Sehe alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Wo sie sind? Ist nur Nikki. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie's laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nikki. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nikki sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn's wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner.